Schlaufe Und bist du getaucht auch? So, hier der Kalderewol ist die Kalderewol. Die Kalderewol sind nicht langsamer. Sollte sie nicht langsamer werden, also nicht langsamer werden. Also, wir sehen uns die Kalderewol. Hier sind die Kalderewol. Wo sind diekenträgen? Wo sind diekenträgen? Wo sind diekenträgen? Vielleicht da oben. Ja, da oben. Ja, diekenträgen. At least 4 kinds of rialtik, antraktik lava flows constructed this main Kalderewol. During our path, we have seen some some paranstic cones. But in my opinion, and maybe Jeremy agree with me, but in here there are some lava eruption center here. Most probably younger than all of these eruption centers. And all of them showing some circlet or elliptical figures. and so the Wir sehen uns auf der anderen Seite.